Die Fahrt dauert schon stundenlang. Hoffentlich bin ich bald zu Hause. Was? Eine Crew auf der Straße? Ah! Ich kann nicht bremsen! So ein Mist! Ich muss hier raus! Ah! Boah, mein Kopf! Hä? Wo bin ich? Mitten im Nirgendwo. Überall Felsen. Steile Wände. Mist! Hallo! Ist da jemand? Ich scheine wirklich hier oben festzusitzen. Das Auto ist wohl auch Schrott. Ich weiß, was ich mache. Haha! Ach! So. Ein. Dreck! Na dann muss ich eben da rauf. Kein Problem. Wär doch gelacht. Bis hin war es ganz leicht. Ah! Ich hab so Hunger. Mir ist kalt. Ich will einfach nur noch nach Hause. Einfach nach Hause. Ich verhungere. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es muss doch irgendeinen Ausweg geben. Hä? Da drüben? Ein Vorsprung? Wieso ist mir der früher noch nicht aufgefallen? Wenn ich rüberspringe, könnte das die Rettung sein. Oh, sehr tief. Hm. Wenn ich nicht springe. Was habe ich zu verlieren? Mama, wo ist denn Papa? Genau. Der wollte doch eigentlich nur kurz Kippen holen. Ich habe wohl keine Wahl. Ich muss es schaffen. Aaaaaaaaaah! Baaaahhh! Baaaaaahhh! Huuuuhh Huuuuhh Huuuuhh